Musik 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 Nach hinten ist jemand Ja, zwei Personen in der Tiefgarage, das ist sie, das ist der Jacob Baker, die Person ist in der Tiefgarage unter der Krediestauer. Sie wissen bescheiden und zurückhören. Herrschaften? Hallo. Wer ist die Person da hinten? Das ist Frau Santiago. Mhm. Was ist mit der Frau? Ja, geht's gerade gar nicht mit. Aber sie können mit ihr reden, ja? Ja. Herr Lohmann und Herr Reed sind auch gerade auf dem Weg. Das ist auch okay, dass die Rächer sind. Mal streifen ein bisschen auf Abstand bleiben. Okay. Ist sie, jetzt mal ihre Einschätzung, ist sie gerade gefährlich oder unzurechnungsfähig? Ist das die Person? Nicht für andere gefährlich. Für sich selber? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Sie sollte auf jeden Fall gerade nicht alleine bleiben, sagen wir es so. Ich versuche mal einmal das Wort an sie zu richten, okay? Ja, bester von hier. Ja, ja, machen Sie sich keine Gedanken. Sie hat ein bisschen Angst, dass sie ja von irgendwen geschickt werden, um sie irgendwie mitzunehmen oder so. Frau Santiago, hören Sie mich? Ja, Herr Lauser. Sie kennen mich ja noch, oder? Ja. Darf ich mich Ihnen nähern? Ein bisschen, okay. Ich trete ein bisschen näher, ja? Ja. Hat die HWP-Streife da vorne die Person hinter dem Fahrzeug in sich? Tut dann vor. Sehen Sie mich? Ja. Kann ich noch ein Stückchen näher kommen? Bist du lieb? Ja, ist immer auf den Knien. Guck gerade zur Wand, nicht zu uns. Frau Santiago, was ist denn los? Reicht Ihnen die Aussage weiße Haare, blaue Kette? Ja, die reicht mir tatsächlich. Oh, was haben Sie denn gerade Angst vor, Santiago? Sie hat gesagt, sie wird mich freuen. Das hängt. Wenn auf mich einfach wummeln soll sie kommen. Aber es muss ein Ende haben. Was meinen Sie damit, es muss ein Ende haben? Es können doch nicht noch mehr Leute sterben, als wir sowieso schon in diesem Gebäude rumliegen. In welchem Gebäude, Frau Santiago? In diesem Human Labs. Woher wissen Sie das? Weil ich gestern dort war. Sie waren in Human Labs? Ja. Ja. Wurden Sie schon darüber informiert, was sich, also das Ganze mit Human Labs, was sich da mit auf sich hat? Das soll eigentlich nicht Halluzination sein. Ja, das ist ganz schwierig. Ich glaube da nicht dran, weil ich schon was zweimal war. Ich kann mich zweimal dasselbe halluzinieren. Das ist doch nicht normal. Hm. Ich war schon mal dort. Wissen Sie, was die ganzen Stoffe in Ihnen auslösen? Frau Santiago? Bitte, Halluzinationen. Und für mich fühlt sich das reell an. Aber es ist nicht reell. Ja, Herr Laufi, ihr könnt euch noch ein paar Jahre mit zwei Personen. Ich habe das dem ersten Mal geglaubt, aber... Mhm. Sie wissen, dass die Stoffe in den Menschen die größten Ängste auslösen, ja? Ja, und deswegen will ich niemanden gefährden. Vor allem die Leute, die ich liebe. Die sollen leben. Aber wieso meinen Sie denn, dass Sie jemanden gefährden? Nein, aber wenn ich mich wohin komme und ich bin mit den Leuten unterwiegend, die ich liebe, dann sind Sie auch in Gefahr. Aber die Frau ist doch gar nicht reell, Frau Santiago. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie auch schon gesehen. Ich habe ihre Stimme gerade mit mir geredet. Sie haben die Befehle erzahlt, ich soll springen. Ich habe es getan. Aber Sie stehen doch noch hier, Frau Santiago. Aber ich habe Schmerzen. Sie haben Schmerzen? Ja. Also sind Sie verletzt? Sie haben mich gestern mehrfach mit einem Messer angegriffen, aber ich habe wieder mal keine Verletzungen. Das wird mir sowieso niemand glauben. Ich glaube Ihnen das. Ich kenne das ganze Spiel. Ich kenne das alles. Ich glaube Ihnen. Frage 1160. Darf der Lohmann hier vor Ort sein? Den vor. Dafür. Darf ich noch ein Stückchen näher kommen, Frau Santiago? Ich lege auch meine Diensthoffel und alles hier hingucken. Ich sage, ich möchte niemanden auferletzen. Wirklich nicht. Ich mag so was. 61 liegt Waffengurt hier vor Ort. Abbehält aber Schlagstück bei sich. Ich will nicht mehr dafür kämpfen, dass sie stören, dass sie niemanden mehr gefährdet. Dann vor. Sie sagen Stopp, wenn es Ihnen zu nahe ist, ja? Das ist okay. Genau, setzen wir uns hin. Das ist eine gute Idee. Ich bin auch schon viermal fast von der ganzen Sache gemannt worden. Ich habe einen Zettel von da mitgenommen. Den hatte so ein Typ in der Hand. Einen Zettel? Ja, den habe ich dem dem Diebe gegeben. Das muss... Sind Sie sich sicher, dass Sie den Zettel nicht vielleicht irgendwo anders gefunden haben? Ich weiß es nicht. Aber wie komme ich denn an so einen Zettel? Wissen Sie denn, wo Sie sich gestern aufgehalten haben? Ja. Wo? Ich war in so einem Haus. Es war ein rotes Haus mit einer langen Einfahrt und es steht alleine auf einem Berg. An einem Berg? Wie groß ist das Haus? Auch riesengroß. Eine Villa? Ja. War das am West Highway? Ja. Sie reden aber nicht von der großen Villa bei Chumash oben drüber. Wenn Sie hinter Chumashdorf 2 da rechts hochfahren... Okay, dann weiß ich wo. Da waren wir und wir haben einfach gequatscht und... Plötzlich hauchte sie auf und... Wärst du nicht in einem Bereich des Möglichen, dass Sie den Zettel da vor Ort irgendwo gefunden haben? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte nur... Nachdem ich wieder da wach geworden bin, diesen Zettel in der Hand... Es war so viel. Schauen Sie, Frau Santiago... Diese Stoffe, wie gesagt, das löst halt große Ängste... Also die größten Ängste in einem aus, ja? Das weiß man mittlerweile. Durch den ganzen anderen Inhaltsstoffe in dem Zeug, was auch immer das sein mag... Entstehen halt diese Halluzinationen. Aber doch nicht zweimal dasselbe. Haben Sie... Haben Sie irgendwas von Käfigen gesagt? Oh ja... Da haben Sie Riesenangst vor, richtig? Weil ich da drin verbrannt worden bin. Die wurde darin eingesperrt. Mit meinem Schwager und meiner Schwester. Und dann bin ich angezündet worden. Und die waren gestern auch da. Die standen um mein Auto rum. Metro 20 zieht kurz ab und holt Kollegen ab. Also eine Riesenangst von Ihnen, ja? Ja. Merken Sie die Verbindung? Ja, aber... Ich dachte nach dem ersten Mal, dass es wirklich nur Halluzinationen sind, aber nach gestern, nach zweimal demselsten. Was sind Halluzinationen, Frau Santiago? Einbildungen. Einbildungen. Man sieht Sachen, die es nicht gibt. Korrekt, ja. Aber ich habe diese Sachen ja nicht gesehen. Ich habe sie... Ich... Gefühlt? Ich habe alles gefühlt. Ich habe gefühlt, wie dieses... Dieses... Wie ich durch diese Blutlachen gelaufen bin. Das war rot. Ich bin einfach fast ausgerutscht. Ich habe diese... Diese Schmerzen, die sie... Die sie mit ihrem Messer zugetragen hat. Ich habe das alles gespürt. Schauen Sie mal, Franz. Und, Tiago, ich krimpele mal meine Arme... Meine Ärmel hoch, okay? Also nicht erschrecken. Ich zeige Ihnen was. Sehen Sie das am linken Arm? Diese Einschnitte? Ja. Also, mittlerweile sind es Narben. Die habe ich mir damals auch selber zugefügt. Als ich, äh... Ja. Im Wahn war. Da wurde ich dann auf einer Insel gefunden. Irgendwo. Im Nirgendwo. Mit einem Messer in der Hand. Es geht nicht nur Ihnen so. Man ist einfach machtlos in so einem Moment. Was tut Ihnen leid, Frau Santiago? Ich weiß es auch nicht. Ihnen muss doch nichts leid tun. Sie haben doch niemandem irgendwas getan. Nein, das habe ich auch wirklich nicht. Dann muss ich Ihnen doch auch nichts leid tun. Schauen Sie mal. Gucken Sie mal zu meiner Linken und zu Ihrer Rechten. Ja. Da warten noch zwei Personen. Ja. Sollen die mal rüberkommen? Ja. Und ganz da hinten, sehen Sie das? Da steht der Herr Lehmann. Ja. Sollen wir den auch mal hier herholen? Mhm. Ja oder nein? Nein. Nein? Aber die anderen beiden? Ja. Okay. Äh, Herr Lohmann. Kommen Sie mit dem anderen Herrn mal rüber? Langsam? Kamera. Darf ich Sie fragen, warum der Herr Lehmann nicht rüberkommen soll, Frau Santiago? Ähm. Ich habe mich getrennt. Wegen dem Zwischenfall jetzt, Frau Santiago? Nein. Okay, gut. Dann habe ich nichts gesagt. Okay. Ich habe gehört, dass Sie ein Messer mit dabei haben, Frau Santiago. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Gucken Sie mal. Hinter Ihnen stehen noch drei, vier Polizeifahrzeuge. Na, wir sind jetzt hier alle in Sicherheit. Ähm. Würden Sie mir das Messer einfach rüberschieben? Ja. Ja? Ja. Ich komme auch ein kleines Stückchen näher, okay? Okay. Sehen Sie, ich habe auch keine Waffe bei mir oder sonst irgendwas. Mein Funkgerät ist ausgeschalten. Ich wollte niemanden damit beängstigen, aber ich habe mich sicher damit gefühlt. Alles gut, Frau Santiago. Machen Sie sich keinen Kopf. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung, okay? Okay. Ich gehe jetzt rüber zu den Kollegen. Ja. Und die anderen beiden Herrschaften sind jetzt erstmal bei Ihnen, ja? Okay. Danke, Herr Lauzer. Das ist gar kein Problem, dafür sind wir da. Das wird alles schon wieder, Frau Santiago. Glauben Sie mir. Mhm. Ja? Wenn ich es geschafft habe, dann schaffen Sie das locker auch. Ich hoffe so. Haben Sie Hoffnung, Frau Santiago. Okay? Ja. Aber eine Sache machen wir noch. Gucken Sie mal. Ich habe hier ein Taschentuch. Bitteschön. Dankeschön. Ich lasse Sie da mal alleine, ja? Ja. Wenn Sie irgendwas brauchen vom PD. Wir sind jetzt hier, ja? Ja. Okay. Scheiße, ey. Jungs? Ja? Ja, Human Labs scheiße wieder. Ich habe es mir fast gedacht. Ich kremmel mal kurz. Mit dem, was Sie mir beschrieben hatten. Ich kremmel mal kurz meine Arme wieder runter. So. Entwaffen, bitte? Ich habe es zwar. Äh, ich habe das Messer, ja. Okay. Sonst wäre ich jetzt nicht weggegangen. Brown, äh, ich würde am besten wahrscheinlich direkt die Psychologie mitnehmen. Die Frau Underwood kennt sie. Die Frau Underwood ist nicht mehr im MD. Die ist Praktikantin bei uns. Ja, ich habe das gesehen. Ich habe gedacht, die machen einfach nur so ein Praktikum und sehen, wie es bei uns funktioniert. Das ist mir jetzt scheißegal. Das ist mir jetzt scheißegal. Besondere Momente brauchen besondere Vorgehensweisen. Ich hole jetzt die Frau hier. Frage der 61 der Funk. Ist die Doktor Frau Underwood im Funk? Kommen. Negativ, da Praktikantin kommen. Ist die auf irgendeinem Fahrzeug? Kommen. Ja, müsste bei der SZ-81 auf dem Fahrzeug sein, komm. Funkreis, komm. So, 10-1, die Frau Underwood ist am D.U.J. ist ausgeregelt und muss da eine Aussage tätigen, komm. Melden Sie sich einmal per Draht bei der 61-81, komm. 61, Ende. Check. Herr Lehmann? Ich muss jetzt was doofes fragen. Okay, kleinen Moment. Ja, Meier? Ja, hallo, Chef. Ich brauche die Frau Underwood so schnell, wie es geht, im Arcadia Star in der Tiefgarage. Alles klar, gut, ich gehung gestoppt. Alles klar, danke, ciao, ciao. Danke, danke, ciao. Ähm, zu mir wurde gesagt, sie werden getrennt. Mhm. Oh, okay, das wusste ich nicht. Oh, bin ich krass nicht. Das sind die Fehler. Okay. Leute, ich hatte jetzt gerade die Befürchtung, dass das aufgrund von dem Human Labs Zeug da, dass sie da irgendwas durcheinander bringt. Nein. Das wäre halt ein ganz übel, ne? Sie war in Miami. Ja. Vor drei Wochen oder so. Und da ist wohl irgendwas aufgekommen, weswegen sie mich schützen würde und sie schützen würde, deswegen sozusagen die Beziehung wenden dann. Das einzig gemeinsame, was wir noch haben, ist der Hund. Das klingt aber auch irgendwas in der Richtung, ne? Ich weiß es nicht, sie will nicht drüber reden. Ich habe sie auch vorhin, ja, wie gesagt, ich hatte sie ja getroffen, weil ich die Lexi abgeholt habe. Und da hatte ich sie gefragt, ob sie irgendwie einen Auftrag oder sowas erhalten hat. Weil ich hatte das bei Ryan irgendwie das Gefühl, auch, und auch bei Hansen, der hat auch irgendwas ganz, ganz Wirres geredet. Und da hatte ich sie nur gesagt, darüber darf ich nicht reden und ist weg. Ich glaube langsam einfach, dass das, ich kenne mich da nicht so extrem aus, aber ich glaube langsam, dass durch die Stoffe und die Hallos, dass sich da eigene Psychosen entwickeln. Ryan, der immer dient und, ne? Sie hätten Hansen erleben müssen. War ich nicht da. Ja, ich stand in erster Reihe. Ich war derjenige, der auf ihn geschossen hat. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Zeug mittlerweile so aggressiv ist, dass es halt so extrem angreift. Das ist es gar nicht mehr nötig. Dass das schon so... Verbreitet ist. Ich weiß gar nicht, ich bin da so schlicht drin. Dass das halt, dass die Psyche da schon eigene Szenarien entwickelt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann sagen, Hansen hat Sachen geäußert, wie von wegen, dass wir hier vergiftet werden. Dass es ihm sehr komisch vorkommt, dass nach einem Dekon alle immer zum M.D. müssen irgendwelches Zeug reingedröhnt bekommen, damit sie es auch ja nicht vergessen. Und dass das wohl... Er fragt sich selber noch, wie es übertragen wird oder wie wir vergiftet werden, ob über das Wasser, über das Essen oder über die Luft und sowas. Also es war ganz, ganz wirr. Und ich glaube, dass die Leute, die darüber, damit betroffen sind oder davon betroffen sind, halt, wie wir es ja damals schon hatten, wo ich ja auch, sag ich mal, die Frau St. Thiago kennengelernt habe. Ja. Das war ja... Grüne Funk. Jörg, komm. Ich hol die Frau Anruf einmal ab und drüben mit Code 2-Gabe bekommen. Ne, äh, 10-1, 10-1. Code 2 maximal, Antwort über Osten, Tiefgarage vorne beim PD-Fahrzeug anhalten und fußläufig zu 61 vor Rücken kommen. Wechsel auf Funkkreis, Einsatz Funk. Und da war das ja auch schon so, dass die Leute da in der eigenen Welt gelebt haben. Aber nicht so extrem, wie es jetzt ist. Ich weiß halt nicht, was passiert ist in der Zeit, wo wir evakuiert waren. Und so langsam macht mir das auch echt Sorge, weil wir jeden zweiten, dritten, vierten Tag das haben. Wo wir, oder wo, ja, wo ich, von Kollegen angeschossen wäre und selber auf Kollegen schießen muss. Mhm. Und ich dann auch noch live sehe, wie eine Shortfield von einem Wasserfall springt. Und ein O'Brien daneben sitzt, der gefühlt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Weil einfach so verzweifelt war, weil Frau Shortfield uns mehrmals zwischendurch weggebrochen ist und wie sie reha-pflichtig war. Warum ist die Frau Shortfield gesprungen? Weiß man das? Also wir waren ja im Weingut und wir standen dann ja so im Kreis an der Einfahrt. Ja. Und da hat ja dann der Herr Morgan schon so komische Sachen gesagt und dann haben wir erst mal ihnen sein Waffengürtel und sowas ablegen lassen. Ja. Und wo plötzlich stand halt auf einmal eine Dame in der Mitte von uns. Weißes Gesicht. Ja gut, das kennen wir ja, das spiegel. Und auf einmal hört man Frau Shortfield nur noch sagen, ich bin dreckig, ich muss mich waschen, ich muss mich waschen. Dann hat sie halt ihre Hose wohl ausgezogen und ist dann auf einmal weggelaufen. Dann ist sie sozusagen weiter hoch, da wo auch dann dieser große Wasserbehälter ist oder was das da ist. Hat dann Hernandez und O'Brien mit der Waffe bedroht und ist dann sozusagen den Weg runter und immer im Fluss entlang. Und der Fluss endet irgendwann in einem Wasserfall. Und um sich ja zu reinigen und zu säubern ist sie halt gesprungen. Und hat sich dabei irgendwie verletzt. Was geht, weiß ich nicht. Frau Shortfield hatte irgendwas wegen den Handschuhen, ist doch da was, ne? Ich glaube, die hat so eine Art Reinigkeitsproblematik, sag ich mal. Ich weiß leider nicht, wie man das jetzt genau nennt. Ja. Ich glaube, wir können aber zwei Streifen abziehen, würde ich sagen, oder? Mhm. Was meinen Sie, Kalani? Die zwei Streifen können dann mal abziehen. Die Unit 40 bleibt fort zu über die Unit 61 bleibt fort. Helfen. Danke für die Unterstützung. Ich bin vor, habe wieder richtig lustig. Und das war der Abend am Weingut. Das war, weiß ich nicht, es war anders. Dass eigene Kollegen entführt werden oder als Geisel genommen werden. Dann fährt man zum MD, um dort eine nächste Geisel von uns zu nehmen. Ja, und dann hat er nachher im Endeffekt auch auf O'Brien geschossen, der Herr Hansen. Und ich musste halt auf ihn schießen. Kalani, Sie werden so ruhig. Ich höre zu, beobachte. Wie immer. Sie sagen meistens nichts dazu, mir würde man ihre Sicht gerne dazuhören. Tatsächlich. Nachdem ich selbst da schon beteiligt war und nicht nur einmal, sondern öfters mir ein Kollege meine Hand abschneiden wollte, auf mich geschossen hat. 10-9. Das ist relativ schwierig. Also, meines Erachtens wird das halt, oder ist dieser Stoff, der derzeit unterwegs ist, gefühlt zehnmal schlimmer wie das, was derzeit ist. Also, was wir vor der Evakuierung hatten. Mhm. Ja, die Psychosen wären irgendwie extrem. Mhm. Die Checks, sie können reinkommen. Ich wusste, sie sieht es ja eigentlich nicht gerade. Von dem her. Das ist gut. Die braucht psychologische Unterstützung. Ganz dringend. Ja, das hat sie damals auch schon bekommen. Mhm. Eben, von der Frau an der Haut. Mhm. Ich frag mich halt die andere Schreife, die jetzt noch vor Ort ist. Also, 47-Jährige kann es auch steigen. Frag mich halt einfach, wohin das noch führen wird. Das ist nicht Osten, das ist Westenmaier. Das üben wir nochmal. Mhm. Mhm. Ich geh mal kurz rüber. Ja, 40 für dich, das ist irgendwo, ich bin eine Minute im Kursor um der Ecke gegangen. Check. Rostlose, können gerne auch steigen. Guten Abend. Guten Abend. Danke fürs Sprengen. Äh, Frau Underwood, Sie waren die Psychologin von der Frau Santiago, richtig? Ja, in meiner MD-Zeit noch, das ist korrekt. Ja, das ist mir egal, ob MD oder nicht. Mhm. Ähm. Die Frau Santiago bräuchte dringend Unterstützung von einem Psychologen. Okay. Ähm. War mein bestes Versuchen. Also, ich glaube, das wäre wohl sinnvoller, dass es die Person macht, die sowieso die Person schon behandelt hatte, wie das jetzt irgendjemand Fremdes kommt und Alles gut, ich bin da nur sehr vorsichtig. Inwiefern? Nicht, dass es mir übernachgehaftet wird. Ja, es ist eine Dienstanweisung der 61, sie sind Praktikantin bei mir, also machen sie das. Okay. Gott, somit ist die Haftung bei mir. Gut. Ähm, ist der Herr Becker schon irgendwie informiert oder was ist das? Die Frau Santiago hat eben schon versucht, mich telefonisch zu erreichen. Ja. Ähm, hat mich darum gebeten, dass der Herr Becker sich irgendwie noch irgendwie bei ihr meldet. Ich weiß nicht, wer das ist. Da hinten sitzt der Herr Lohmann und noch jemand anderes. Ja, dann ist das wahrscheinlich der Becker. Dann würde ich mir sagen, gehen wir mal langsam hin, ja? Ja. Gut. Danke, Maya. Ja, Alexi, alles. Frau Santiago? Ja, bitte. Frau Underwood wäre hier. Weil sie zu Ihnen kommen? Ja. Okay. Und Frau Underwood? Herr Nannes hat die ganze Zeit die Waffe am Kopf gehalten. Mhm. Und dann, was ich immer noch nicht verstehen kann, ist, er lässt Herrn Nannes los. Er hat gesagt, er geht auf. Dann habe ich zu ihm nur gesagt, es bringt jetzt aber auch nichts weg zu rennen. Und dann sagt er in einem sehr ernsten Ton, das werde ich auch nicht, denn du bist das Ziel. Und dann habe ich, weiß ich schon nichts mehr. Okay. Aber du weißt, dass du natürlich nicht das Ziel bist, sondern dass das einfach irgendwas in seinem Kopf ist. Das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem, ich bin gerade so dem Tod entkommen. Natürlich. Was ich gehört habe, ist, dass ich da die komplette Straße voll geblutet habe. Du musst bedenken, ich hatte keine Weste an. Das sind drei Schüsse komplett in den Thorax-Bereich gewesen. Hast du dir schon mal überlegt, dass du dir einfach mal eine Auszeit nimmst auch? Kann ich nicht. Nicht mehr. Was glaubst du, was passiert, wenn ich jetzt mir eine Auszeit nehme und nicht abgelenkt werde? Ja, aber du kannst dich ja ablenken. Das heißt nicht nur, weil du dir eine Auszeit nimmst, dass du dich nicht ablenken kannst. Wie denn? Warum soll ich mich denn ablenken? Das hat man mir auch immer gesagt, der Kalani. Ich kann das nicht. Aber dann sitzt man zu Hause, versucht sich abzulenken und hat dann immer im Gefühl, ja, man lässt jetzt die Kollegen allein mit so einer Situation. Die Gedanken kommen dann hoch und dann wird es ganz übel. Du musst immer noch dabei bedenken, da vorne sitzt die Frau, die ich liebe, mit der ich nicht mehr zusammen sein kann. Was meinst du, was dann passieren wird? Wenn ich alleine zu Hause bin? Ja, gut. So habe ich wenigstens noch die Ablenkung und denke nicht die ganze Zeit darüber nach, was in den letzten Tagen bei mir so passiert ist. Ich habe das Gefühl, dass die Scheiße mich verfolgt. seit dem Ding mit Ryan große Angst, große Angst, dass wir wieder solche Einsätze haben. Ich habe schon zu Herrn Kalani oder zu Jay gesagt, ich warte eigentlich aktuell nur noch darauf, dass der Befehl kommt, dass das SWAT nochmal Ewan Laps durchkämmen soll. Ja. Und dann, weiß ich nicht, wenn das jetzt so aggressiv ist, wie es aktuell sich ja darstellt, wie viele von denen oder von uns da mit einem ordentlichen Verstand wieder rauskommen. Weil irgendwie trägt jeder bei uns gerade eine Bürde auf den Schultern. Also jeder, der bei dem Einsatz dabei war damals, gerade vom SWAT aus, hat auf jeden Fall was mit rausgenommen. Am Anfang haben die, also hat man das noch so ein bisschen so abgetan. Das wirkt ja auch alles irgendwie ein bisschen surreal. Aber nach und nach und nach und nach hat es immer ein bisschen mehr in der Substanz von den Leuten gekaut. Ich meine, schaut euch nur Nelly an. Ich weiß noch, wo ich damals wo wir bei dem Einsatz waren, wo wir rausgekommen sind, dass er noch Späße gemacht hat, sich drüber lustig gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er nur ansatzweise so weit nochmal aus seinem Mund rauskommen würde, wenn jetzt ein Einsatz ist. Ich habe die Bilder gesehen in der Timeline vom SWAT. Ja. Diese Bilder vergisst man nicht. Und Jerry hat ja auch gerade schon erzählt, dass da Leute an der Wand genagelt waren. Ja. Ich graue heute noch in dem Exekutionsbefehl. Das kann ich mir vorstellen. Hm. Oder an der Mine. An der Mine. Der Forscher, den wir rausgeholt hatten. Waren sie da schon dabei, Kalani? Ja. Aber ich war an dem Tag nicht im Einsatz. Komplett krank. War am nächsten Tag dann. Komplett krank. Völlig fernab von der Realität, der Typ. hat gelacht, wo Leichenteile anriffen. Ja. Ja, die Züge der Menschen sind einfach so unberechenbar. Der Kollege da vorne kann eigentlich auch mal zu uns kommen. Der steht also ganz alleine. Ich hole ihn mal. Ich hoffe, die kriegen sie da drüben wieder auf die Reihe. Was weiß ich? Sie ist ja eine Kämpferin. Sie war ja auch mal ein Pidi. Sie weiß ja, was wir erleben. Und sie kennt ja auch dieses ganze Leid. Und sie hat eigentlich auch einen starken Charakter. Aber ich weiß halt nicht, was da in Miami passiert ist und was sie da erfahren hat. Die Frau, die da drüben sitzt, die ist gerade gebrochen, Lehmann. Das ist mir bewusst. Die ist gebrochen. Komplett. 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 Alles nicht einfach, ey. Das Lexi rauslassen? Mhm. Und alleine? Die wird mich zu Tode zählen. Ich habe es wie gesagt, als ich sie geholt habe. Die hat schon gewinselt und gewimmert und ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, Lexi zu ihr zu lassen, was erwies er eigentlich. Der Hund ihre Schwester ist. Was ist denn mit ihrer Schwester? Ich weiß nur, dass es einen Brief gab. Die ist weg. Hat sich wohl auch von ihrem Partner auch getrennt. Auch irgendwie zum Schutz. Um ein Unheil nicht stattfinden zu lassen. Und ja. Mhm. Und ja, was halt übrig geblieben ist, ist halt Lexi, die hier war. Und sie wäre ja eigentlich dann in den Beaverbusch gegangen, weil kein Besitzer mehr. Und da hatten ja dann du und ich uns drum gekümmert, dass wir sozusagen Besitzer werden, weil ich halt recht schnell eine Bindung zu ihr auch aufbauen konnte. Ja. Ja, ich weiß. Sie sagt, sie hat Schmerzen. Die Frau Santiago. Mhm. Sie hat aber keine Verletzung. Ich glaube, ich kann es, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas für mich empfindet oder ob keine Ahnung, ob das mit der, dem mit dem Ding in Miami zusammenhängt. Wie gesagt, sie sagt mir nicht, was da passiert ist. Hm. Und ich denke mal, Frau Anderwood wird da schon irgendwie nicht hinzugebringen. Um sie mal auf den neuesten Stand zu bringen, die Frau Santiago hat einfach keinen, also hat zwei Messer bei sich, hat aber nicht vor, irgendwie jemanden damit zu verletzen. Die Messer habe ich bei mir, Frau Anderwood. Achso, okay, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Sie hatte halt nie vor, jemanden sich da zu verletzen oder sonst was. Es gab letzte Nacht anscheinend einen Vorfall mit Humelebs wieder. Darauf hatte sie jetzt eine Panikattacke und war leicht desorientiert in der Stadt. Geschweige denn, wollte sie sich einfach das nur zum Schutz mitnehmen, das Messer. Ich habe sie jetzt soweit überzeugt bekommen, dass sie mit ins MD-Fett sich da körperlich untersuchen lässt. Sie hat nur eine Bitte, sie würde gern am MD ihren Hund Lexi treffen. Ihr Hund Lexi ist hier? Ja. Sagen Sie alles ruhig. Okay, das wusste ich nicht. Wenn das hilft? Ja, auf jeden Fall. Meinen Sie, Lehmann? Vom hier aus gern ist es... Der Hund ist ihr komplett wichtig. Sie würde alles für den Hund machen. Also ich sehe da auch gerade als wichtige Angabung, dass sie einfach auch einen Grund hat, sich jetzt da zu bemühen. Dann, auf geht's. Dann mach es mal. Ich sag Ihnen nur Bescheid. Nehmen Sie den Hund mit. Lexi. Lexi. Get out. Okay. Ich muss nicht mal einmal schneiden. Was? Die Liner ran. Komm mit. Hier, warten Sie, Frau Anamot. Ne, 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 ne. Ich kann da nicht mit. Ich gebe Ihnen einmal die Liner. Ich gehe mit vor, ja? Mhm. Danke. Lui, ich habe eine Überraschung für dich. Lexi. Meine Baby. Bitte noch die Leine von hier. Dankeschön. Danke, Mädchen. Das schreckt dich nicht. Der Herr Lauser steht da auch hinten in der Ecke. Ja, das ist so. Der guckt einfach nur. Herr Lauser? Ja, Frau Santiago? Ich wollte wirklich niemanden verletzen. Ich bin mit einem Messer in die Stadt gerannt. Das ist richtig. Aber ich wollte wirklich niemanden verletzen. Und es tut mir leid für alle Leute, denen ich irgendwie Angst deswegen gemacht habe. Alles in Ordnung, Frau Santiago. Machen Sie sich da drum jetzt erstmal keinen Kopf. Jetzt geht es erstmal um Ihre Gesundheit. Dann fahren wir gleich ins MD. Nimm die Mitte auch Blut ab, hat Frau Anderwood gesagt. Und dann wird das untersucht auf diese komischen Heizstoffe da. Ja, das ist richtig, genau. Das habe ich auch schon öfters mal machen müssen, Frau Santiago. Mir hat gestern jemand gesagt, dass es nichts bringen wird. Man wird immer nur sagen, ja, sie haben LSD genommen. Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Also, Lou, ich kann dir dann darüber nicht allzu viel sagen. Aber ich kann dir darüber sagen, dass es Fortschritte gab und alles. Was auch wichtig ist. Okay, und ich hoffe, dass dieser Zettel irgendwie weiterhilft. Welcher Zettel? Das MD hat einen Zettel erhalten, den Frau Santiago über den Herrn Loman anders MD angetragen hat. Alles klar. Aber irgendwas mit Natronen, Meutronen. Deine Ahnung, was ist das? Alles gut. Ich habe davon keine Ahnung. Du konzentrierst dich jetzt auf dich und dass du jetzt ein bisschen in Ruhe kommst, ne? Geschweige denn, dass du dich jetzt untersuchen lässt, ne? Ja. Das ist einfach wichtig, dass du, guck mal, du musst das ja so sehen. Du musst ja fit sein, weil die Lexi braucht dich auch, ne? Ja. Und die ist auch auf dich angewiesen. Ja, aber ich konnte eben nicht, deswegen habe ich sie an Tommy übergeben. Es ist alles gut. Und das Krassenburg, Frau Santiago. Wer macht denn sonst die automatischen Meldungen, dass die Miete erneuert werden muss, hm? Ja. Da fehlt doch sonst die Singstimme. Geht der M noch vor der Tiefgarage? Sollte, ja. Also, Lu, ich muss dich darüber aufklären, dass Lexi im M nicht mitfahren kann, ne? Kann sie dann bald, kann Jacob sie dann mitnehmen? Ich denke, da spricht nichts gegen. Ja, klar, klar, klar. Und, ähm, ja, also, wie gesagt, du musst einmal mit dem M mitfahren. Ähm, wenn was ist, rufst du an, ich bin für dich da, ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr als Verschleung so gesehen, finde ich da eher als Freundin. Die Sache ist aber wichtig, äh, du kannst dich genauso vertrauensvoll an mich wenden. Okay? Okay. Du lässt dich jetzt untersuchen. Ja, und wenn was ist, wie gesagt, die sollen sich bei mir melden, oder du sollst dich bei mir melden, okay? Aber es ist wichtig, dass du dich jetzt erstmal untersuchen lässt. Gerade mit dem Blut, ob es dir irgendwas fehlt noch, ne? Ähm, gegebenenfalls, wenn du denn was möchtest, noch was zum Beruhigungen in Form Johanneskraut kriegst, also was pflanzenlich. Du hast keine Nebenwirkungen, es kommt aber, beruhig dich ein bisschen. Nee, nee, ich möchte gar nichts nehmen. Dann ist es auch okay, das ist ein gutes Recht. Ich will dir ja nur darüber aufklären. Herr Santiago. Ja? Sie müssen nichts nehmen. Recht dir. Ganz ruhig bleiben. Hm. Atme mal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Ich kann nicht durch die Nase atmen. Okay, dann atme einfach durch den Mund, aber, ne? Einfach. Mach es mir ein bisschen nach, schön ruhig. Ne? Ein bisschen die Schultern lockern. Ne? Damit auch, du merkst, du kriegst tiefe Luft und, ne? Die Anspannung geht ein bisschen raus. Bald du sagst, du fühlst dich jetzt bereit, loszulegen, legen wir los. Du gibst dir das Kommando. Ich helfe ihnen auf, Frau Santiago. Okay. Wenn du, auch wenn du möchtest und wenn es in dir ist, gestattet würde, Jacob oder ich, einer von uns mitfahren im Amp, wenn du das willst. Ja, äh, ich glaube, die werden mich nicht entführen. Nein. Soll eine Streife mitfahren, Frau Santiago. Ja. Gut, dann fahren wir hinterher, okay? Okay. Ich würde gerne noch einen Satz zu Tom sagen, bitte. Okay, nein, nein. Stützen Sie sich ruhig ab. Sie sind ja ganz schwach. Warten Sie ab. Stützen Sie sich. Stützen Sie sich mal richtig ab. Auf geht's. Achtung. Gebt hier mal ganz kurz ein bisschen Platz, Jungs. Ja, rex. Völlig. Wir hatten gerade einen State-Einbruch. Bitte? Wir hatten gerade einen Einbruch im State. Na, ist doch super. Können Sie direkt Steine klopfen gehen. Ja. Also, keine Ahnung. Also, gestern Ausbruch, heute der Einbruch. Ist doch bitte los in den letzten zwei Tagen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ah, wir begleiten gleich noch kurz mit ins MD. Sie hat Angst, umführt zu werden. Ja. Ja, wozu? Soll man eine RTB runterfahren lassen schon? Ja, gerne. Soll man ruhig in die Tiefgarage reinfahren? Ich sag da 50 bis schon. Braun kann es mit dem RTB runter in die Garage kommen. Was ist denn dieser RTB? Der kommt. Der kommt jetzt runtergefahren. Okay. Gut, Frau Santiago. Der fährt dann jetzt gleich hier rein. Und dann steigen wir ein. Okay. Gucken Sie. Da müsste doch kommen, oder? Schauen Sie. Und wir fahren mit. Müssen Sie keine Angst haben. Okay. Ja, aber wir sitzen in den Fahrzeugen hier. Mhm. So? Okay. Sind Sie bereit? Ja. Na, dann kommen Sie. Auf geht's. Okay. Okay. Wir begleiten euch mit uns, MD. Ja, also ich kann losfahren. Die Dame möchte nichts zu sich nehmen, ne? Weder Johanneskraut noch sonst irgendwas. Ja, alles klar. Aber dass er da direkt schon mal nicht von Anfang an fragt oder so. Dass er da irgendwie Angst bekommt oder sowas. Ja, alles klar. Gut, dann sitzen wir auf den Autos. Wollen Sie gleich mitfahren? Ja, ja, klar. Nee, mit ihr meine ich. Ach so. Dass es Sicherheit gibt. Ich glaube, er gibt ja nochmal eine Sicherheit. Ich fahr mit, ja. Ich fahr mit. Frau Santiago, ich fahr mit Ihnen mit, ja? Okay, dankeschön. Ich komme sogar zu Ihnen nach hinten. So. Äh, 50, du fährst einmal mit dem FD-Klima. Check. Dann aufsitzen wir. Wir fahren einmal noch. Wird Sie niemand irgendwie hinführen, Frau Santiago? Machen Sie sich keine Gedanken. Mhm. Und wenn, dann müssen Sie an mir vorbei. Und an den Jungs, die hinten dran mitfahren. Sie haben aber sonst keine Bewaffnung mehr bei sich, oder? Nein. Nein. Okay. 40 von GD-380. Haben Sie einen Ring oder eine Halskette oder irgendwas? Eine Halskette, ja. Bedeutet die Ihnen viel? Ja, ich bin schon ein gläubiger Mensch. Okay, also verbinden Sie mit der Kette viel, ja? Ja. Okay. Wenn Sie mal irgendwie das Gefühl haben, dass Sie übermannt werden, oder in der ganzen Sache, ja? Mhm. Dann nehmen Sie sich die Halskette in die Hand und drücken Sie sie fest. Liegen Sie sie in der Hand und versuchen Sie das positive Gefühl aus der Kette rauszuholen. Mhm. Irgendwas, was Sie ein bisschen erdet. Das hat mir immer relativ gut geholfen. Ich kann Ihnen da später mehr dazu sagen. Ich muss mich jetzt um eine Patientin kümmern. Bis später. Tschüss. Schauen Sie mal, da ist der Herr DeLone, da sind Sie in den perfekten Händen. Hallo Noah. Er hat sogar mich schon mal behandelt. Und da können Sie auch ganz viel Vertrauen schenken. Weiß. Wollen wir uns ein ruhiges Örtchen suchen, Lu? Ich... Ich muss ein Blutabnommen bekommen. Das kriegen... Das machen wir nachher. Das ist gar kein Problem. Gestern wieder diese... Diese... Diese komischen Sachen gesehen. Weiße Haare. Weiße Haare. Okay. So, ich würde sagen... Blaues OP-Kittelchen. Blaues OP-Kittelchen. Schon wieder diese Frau? Ja. Mit derselben Unterwäsche. Mit derselben Unterwäsche. Okay. Schreibt mir das alles auf. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen hoch. Wir gehen in ein entspanntes Zimmerchen. Dann kriegst du auch noch ein Wasser von mir, okay? Und dann können wir da über alles reden. Okay. Weiter laufen dann nicht jeder hier vorbei und kriegt das alles mit, ne? Okay. Okay. Kannst du alleine laufen oder soll ich dich an die Hand nehmen? Nee, ich kann alleine laufen. Okay. Wir nehmen dann den Aufzug. Okay. Gut. Dankeschön, Frau Lauser. Gerne, Frau Santiago. Gute Besserung. Dankeschön.